George Orwell, 1984. Erster Teil, erstes Kapitel. Es war ein klarer, kalter Tag im April, und die Uhren schlugen gerade dreizehn, als Winston Smith, das Kinn an die Brust gepresst, um dem rauen Wind zu entgehen, rasch durch die Glastüren eines der Häuser des Victory Blocks schlüpfte, wenn auch nicht rasch genug, als dass nicht zugleich mit ihm ein Wirbel griesigen Staubs eingedrungen wäre. Im Flur roch es nach gekochtem Kohl und feuchten Fußmatten. An der Rückwand war ein grellfarbiges Plakat, das für einen Innenraum eigentlich zu groß war, mit Reißnägeln an der Wand befestigt. Es stellte nur ein riesiges Gesicht von mehr als einem Meter Breite dar. Das Gesicht eines Mannes von etwa 45 Jahren mit dickem schwarzen Schnauzbart und ansprechenden, wenn auch derben Zügen. Winston ging die Treppe hinauf. Es hatte keinen Zweck, es mit dem Aufzug zu versuchen. Sogar zu den günstigsten Stunden des Tages funktionierte er nur selten, und zurzeit war tagsüber der elektrische Strom abgestellt. Das gehörte zu den wirtschaftlichen Maßnahmen der in Vorbereitung befindlichen Hasswoche. Die Wohnung lag sieben Treppen hoch, und der 39-jährige Winston, der über dem rechten Fußknöchel dicke Krampfaderknoten hatte, ging sehr langsam und ruhte sich mehrmals unterwegs aus. Auf jedem Treppenabsatz starrte ihn gegenüber dem Liftschacht das Plakat mit dem riesigen Gesicht an. Es gehörte zu den Bildnissen, die so gemalt sind, dass einen die Augen überall hin verfolgen. »Der große Bruder beobachtet dich«, lautete die Schlagzeile darunter. Drinnen in der Wohnung verlas eine klangvolle Stimme eine Zahlenstatistik über die Roheisenproduktion. Die Stimme kam aus einer länglichen Metallplatte, die einem stumpfen Spiegel ähnelte, und rechter Hand in die Wand eingelassen war. Winston drehte an einem Knopf, und die Stimme wurde daraufhin etwas leiser, wenn auch der Wortlaut noch zu verstehen blieb. Der Apparat, ein sogenannter Televisor oder Hörseeschirm, konnte gedämpft werden, doch gab es keine Möglichkeit, ihn völlig abzustellen. Smith trat ans Fenster, eine abgezehrte, gebrechliche Gestalt, deren Magerkeit durch den blauen Trainingsanzug der Parteiuniform noch betont wurde. Sein Haar war sehr hell, sein Gesicht unnatürlich gerötet, seine Haut rau von der groben Seife, den stumpfen Rasierklingen und der Kälte des gerade überstandenen Winters. Die Welt draußen sah selbst durch die geschlossenen Fenster kalt aus. Unten auf der Straße wirbelten schwache Windstöße, Staub- und Papierfetzen in Spiralen hoch, und obwohl die Sonne strahlte und der Himmel leuchtend blau war, schien doch alles farblos, außer den überall angebrachten Plakaten. Das Gesicht mit dem schwarzen Schnurrbart blickte von jeder beherrschenden Ecke herunter. Ein Plakat klebte an der unmittelbar gegenüberliegenden Hausfront. »Der große Bruder beobachtet dich«, hieß auch hier die Unterschrift, und die dunklen Augen bohrten sich tief in Winstons Blick. Unten, in Straßenhöhe, flatterte ein anderes, an einer Ecke eingerissenes Plakat, unruhig im Winde, und ließ nur das Wort »Engsotz«, bald verdeckt, bald unverdeckt erscheinen. In der Ferne glitt ein Helikopter zwischen den Dächern herunter, brummte einen Augenblick wie eine Schmeißfliege und strich dann in einem Bogen wieder ab. Es war die Polizeistreife, die den Leuten in die Fenster schaute. Die Streifen waren jedoch nicht schlimm. Zu fürchten war nur die Gedankenpolizei. Hinter Winstons Rücken schwatzte die leise Stimme aus dem Televisor noch immer von Roheisen und von der weit über das gesteckte Ziel hinausgehenden Erfüllung des neunten Drei-Jahres-Plans. Der Televisor war gleichzeitig Empfangs- und Sendegerät. Jedes von Winston verursachte Geräusch, das über ein ganz leises Flüstern hinausging, wurde von ihm registriert. Außerdem konnte Winston, solange er in dem von der Metallplatte beherrschten Sichtfeld blieb, nicht nur gehört, sondern auch gesehen werden. Es bestand natürlich keine Möglichkeit festzustellen, ob man in einem gegebenen Augenblick gerade überwacht wurde. Wie oft und nach welchem System die Gedankenpolizei sich in einem Privatapparat einschaltete, blieb der Mutmaßung überlassen. Es war sogar möglich, dass jeder Einzelne ständig überwacht wurde. Auf alle Fälle aber konnte sie sich, wenn sie es wollte, jederzeit in ein Apparat einschalten. Man musste in der Annahme leben und man stellte sich tatsächlich instinktiv darauf ein, dass jedes Geräusch, das man machte, gehört und, außer in der Dunkelheit, jede Bewegung beobachtet wurde. Winston richtete es so ein, dass er dem Televisor den Rücken zuwandte. Das war sicherer, wenn auch, wie er wohl wusste, sogar ein Rücken verräterisch sein kann. Einen Kilometer entfernt ragte das Wahrheitsministerium seine Arbeitsstätte wuchtig und weiß über der düsteren Landschaft empor. Das also, dachte er, mit einer Art undeutlichen Abscheus, war London, die Hauptstadt des Luftstützpunkts Nummer 1, der am drittstärksten bevölkerten Provinz Ozeaniens. Er versuchte, in seinen Kindheitserinnerungen nachzuforschen, ob London immer so ausgesehen hatte. Hatten da immer diese langen Reihen heruntergekommen aussehender Häuser aus dem 19. Jahrhundert gestanden, deren Mauern mit Balken gestützt, deren Fenster mit Pappendeckel verschalt und deren Dächer mit Wellblech gedeckt waren, während ihre schiefen Gartenmauern kreuz und quer an den Boden sackten? Und diese zerbombten Ruinen, wo der Pflasterstaub in der Luft wirbelte und Unkrautgestrüpp auf den Trümmern wucherte, dazu die Stellen, wo Bombeneinschläge eine größere Lücke gerissen hatten, und trostlose Siedlungen von Holzbaracken entstanden waren, die wie Hühnerstelle aussahen. Aber es führte zu nichts. Er konnte sich nicht erinnern. Von seiner Kindheit hat er nichts nachbehalten als eine Reihe greller Bilder ohne Hintergrund, die ihm zumeist unverständlich waren. Das Wahrheitsministerium, Minivar, wie es in der Neusprache, der amtlichen Sprache Ozeaniens hieß, sah verblüffend verschieden von allem anderen aus, was der Gesichtskreis umfasste. Es war ein riesiger, pyramidenartiger, weiß-schimmernder Betonbau, der sich terrassenförmig 300 Meter hoch in die Luft reckte. Von der Stelle, wo Winston stand, konnte man gerade noch die in schönen Lettern in seine weiße Front gemeißelten drei Wahlsprüche der Partei entziffern. Krieg bedeutet Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke. Das Wahrheitsministerium enthielt, so erzählte man sich, in seinem pyramidenartigen Bau 3000 Räume und eine entsprechende Zahl unter der Erde. In ganz London gab es nur noch drei andere Bauten von ähnlichem Aussehen und Ausmaß. Sie beherrschten das sie umgebende Stadtbild so vollkommen, dass man vom Dach des Victory Blocks aus alle vier gleichzeitig sehen konnte. Sie waren der Sitz der vier Ministerien, unter die der gesamte Regierungsapparat aufgeteilt war. Des Wahrheitsministeriums, das sich mit dem Nachrichtenwesen, der Freizeitgestaltung, dem Erziehungswesen und den schönen Künsten befasste. Des Friedensministeriums, das die Kriegsangelegenheiten behandelte. Des Ministeriums für Liebe, das Gesetz und Ordnung aufrecht erhielt. Und des Ministeriums für Überfluss, das die Rationierungen bearbeitete. Ihre Namen in der Neusprache lauteten Mini-Var, Mini-Pax, Mini-Lieb, Mini-Fluss. Das Ministerium für Liebe war das furchterregendste von allen. Es hatte überhaupt keine Fenster. Winston war noch nie im Ministerium für Liebe gewesen und ihm auch nie, sei es nur auf einen halben Kilometer, nahegekommen. Es war unmöglich, es aus seinem amtlichen Auftrag zu betreten und auch dann musste man erst durch einen Irrgarten von Stacheldraht verhauen und versteckten Maschinengewehrnestern hindurch. Sogar die zu den Befestigungen im Vorgelände hinaufführenden Straßen waren durch Gorilla-Gesichtige Wachen in schwarzen Uniformen gesichert, die mit schweren Gummiknüppeln bewaffnet waren. Winston drehte sich mit einem Ruck um. Er hatte die ruhige optimistische Miene aufgesetzt, die zur Schau zu tragen ratsam war, wenn man dem Televisor das Gesicht zukehrte. Er ging quer durchs Zimmer in die winzige Küche. In dem er zu dieser Tageszeit aus dem Ministerium weggegangen war, hatte er auf sein Mittagessen in der Kantine verzichtet. Andererseits wusste er, dass es in der Küche nichts zu essen gab, außer einem Stück Schwarzbrot, das für den nächsten Tag zum Frühstück aufgehoben werden musste. Er nahm aus dem Regal eine Flasche mit einer farblosen Flüssigkeit, die dem schmucklosen weißen Etikett nach Victory Gin war. Das Getränk strömte einen faden, öligen Geruch aus, wie chinesischer Reisschnaps. Winston goss sich fast eine Teetasse voll davon ein, stellte sich auf den zu erwartenden Schock ein und stürzte es wie eine Dosis Medizin hinunter. Sofort lief sein Gesicht krebsrot an und das Wasser trat ihm in die Augen. Das Zeug schmeckte wie Salpetersäure und man hatte beim Herunterschlucken das Gefühl, eins mit dem Gummiknüppel über den Hinterkopf zu bekommen. Einen Augenblick später hörte jedoch das Brennen in seinem Magen auf und die Welt begann rosiger auszusehen. Er zog eine Zigarette aus einem zerknitterten Päckchen mit der Aufschrift Victory Zigaretten, doch unvorsichtigerweise hielt er sie senkrecht, worauf der Tabak heraus auf den Fußboden rieselte. Mit der nächsten hatte er mehr Glück. Er ging ins Wohnzimmer zurück und setzte sich an ein links vom Televisor stehendes Tischchen. Dann zog er aus der Tischschublade einen Federhalter, eine Tintenflasche und ein dickes, unbeschriebenes Diarium im Quartformat mit rotem Rücken und marmorierten Einbanddeckeln hervor. Aus irgendeinem Grund war der Televisor in seinem Wohnzimmer an einer ungewöhnlichen Stelle angebracht. Statt wie üblich an der kürzeren Wand, von wo aus er den ganzen Raum beherrscht hätte, war er an der Längswand gegenüber dem Fenster eingelassen. An seiner einen Seite befand sich die kleine Nische, in der Winston jetzt saß und die vermutlich beim Bau der Wohnung für ein Bücherregal bestimmt gewesen war. Wenn er sich so in die Nische setzte und vorsichtig im Hintergrund hielt, konnte Winston wenigstens visuell außer Reichweite des Televisors bleiben. Er konnte zwar gehört, aber solange er in seiner Stellung verharrte, nicht gesehen werden. Die ungewöhnliche Anlage des Zimmers war zum Teil für den Gedanken verantwortlich, zu dessen Verwirklichung er jetzt schritt. Doch auch das Diarium, das er soeben aus der Schublade hervorgezogen hatte, war mit daran schuld. Es war ein ganz besonders schönes Diarium. Sein milchweißes Papier, schon ein wenig vergilbt, war von einer Qualität, wie sie seit wenigstens 40 Jahren nicht mehr hergestellt worden war. Er hatte jedoch Grund zu der Annahme, dass das Buch noch weit älter war. Er hatte es in der Auslage eines muffigen, kleinen Altwarengeschäfts in einem der Elendsviertel der Stadt, in welchem Viertel, hätte er jetzt nicht mehr sagen können, liegen gesehen und war sofort von dem brennenden Wunsch beseelt worden, es zu besitzen. Von Parteimitgliedern wurde erwartet, dass sie nicht in gewöhnlichen Läden einkauften. Geschäfte auf dem freien Markt machen, wie die Formel lautete. Aber die Vorschrift wurde nicht streng eingehalten, denn es gab verschiedene Dinge, wie Schuhbänder oder Rasierklingen, die man sich unmöglich auf andere Weise beschaffen konnte. Er hatte einen raschen Blick die Straße hinauf- und hinuntergeworfen, dann war er hineingeschlüpft und hatte das Buch für 2,50 Dollar erstanden. Damals hatte ihm noch kein Zweck dafür vorgeschwebt. Er hatte es schuldbewusst in seiner Mappe heimgetragen. Selbst unbeschrieben war es schon ein gefährlicher Besitz. Nun war er im Begriff, ein Tagebuch anzulegen. Das war nicht illegal. Nichts war illegal, da es ja keine Gesetze mehr gab. Aber falls es herauskam, war er so gut wie sicher, dass es mit dem Tode oder zumindest 25 Jahren Zwangsarbeitslager geahndet werden würde. Winston steckte eine Stahlfeder in den Halter und feuchtete sie mit der Zunge an. Die Feder war ein vorsintflutliches Instrument, das selbst zu Unterschriften nur noch selten verwendet wurde. Und er hatte sich heimlich und mit einiger Schwierigkeit eine besorgt. Ganz einfach aus dem Gefühl heraus, dass das wundervolle, glatte Papier es verdiente, mit einer richtigen Feder beschrieben, statt mit einem Tintenblei bekritzelt zu werden. Tatsächlich war er nicht mehr gewöhnt, mit der Hand zu schreiben. Abgesehen von ganz kurzen Notizen war es üblich, alles in den Sprechschreiber zu diktieren. Aber das war natürlich in diesem Fall unmöglich. Er tauchte die Feder in die Tinte und stockte noch eine Sekunde. Ein Schauer war ihm über den Rücken gelaufen. Der erste Federstrich über das Papier war die entscheidende Handlung. In kleinen, unbeholfenen Buchstaben schrieb er 4. April 1984. Er lehnte sich zurück. Ein Gefühl völliger Hilflosigkeit hatte sich seiner bemächtigt. Zunächst einmal war er sich durchaus nicht sicher, dass jetzt wirklich das Jahr 1984 war. Es musste um diese Zeit herum sein, denn er wusste mit einiger Gewissheit, dass er selbst 39 Jahre alt war und er glaubte, 1944 oder 1945 geboren zu sein. Doch heutzutage war es nie möglich, ein Datum auf ein oder zwei Jahre genau zu bestimmen. Für wen, fragte er sich plötzlich, legte er dieses Tagebuch an. Für die Zukunft? Für die kommenden. Sein Denken kreiste einen Augenblick um das zweifelhafte Datum auf der ersten Seite und prallte dann je mit dem Wort »Zwiegedanke« aus der Neusprache zusammen. Zum ersten Mal kam ihm die Größe seines Vorhabens zum Bewusstsein. Wie konnte man sich mit der Zukunft verständigen? Das war ihrer Natur nach unmöglich. Entweder ähnelte die Zukunft der Gegenwart, dann würde man ihm nicht Gehör schenken wollen, oder sie war anders geartet. Dann war seine Darstellung bedeutungslos. Eine Zeit lang saß er da und starrte töricht auf das Papier. Der Televisor hatte jetzt schmetternde Militärmusik angestimmt. Es war seltsam, dass er nicht nur die Gabe der Mitteilung verloren, sondern sogar vergessen zu haben schien, was er ursprünglich hatte sagen wollen. Seit Wochen hatte er sich auf diesen Augenblick vorbereitet und es war ihm nie in den Sinn gekommen, dass dazu noch etwas anderes nötig sein könnte als Mut. Die Niederschrift als solche hatte er für leicht gehalten. Brauchte er doch nichts weiter zu tun, als die endlosen, hastigen Selbstgespräche zu Papier zu bringen, die ihm buchstäblich seit Jahren durch den Kopf geschossen waren. In diesem Augenblick jedoch war sogar das Selbstgespräch verstummt. Außerdem hatte das Akzem an seinen Krampfadern unerträglich zu jucken angefangen. Er wagte nicht daran zu kratzen, denn dann entzündete es sich immer. Die Sekunden verstrichen. Nichts drang in seinem Bewusstsein als die unbeschriebene Weiße des vor ihm liegenden Blattes, das Hautjucken über seinem Knöchel, die schmetternde Musik und eine leise Benebeltheit, die der Gin verursacht hatte. Plötzlich begann er, überstürzt zu schreiben, ohne recht zu wissen, was er zu Papier brachte. Seine kleine, kindliche Handschrift bedeckte Zeile um Zeile des Blattes, wobei er bald auf die großen Anfangsbuchstaben und zum Schluss sogar auf die Interpunktion verzichtete. 4. April 1984 Gestern Abend im Kino. Lauter Kriegsfilme. Ein sehr guter über ein Schiff von Flüchtlingen, das irgendwo im Mittelmeer bombardiert wird. Zuschauer höchst belustigt durch eine Aufnahme von einem großen, dicken Mann, den ein Helikopter verfolgt. Zuerst sah man ihn sich durchs Wasser wälzen wie ein Niebpferd, dann sah man ihn durch das Zielfernrohr des Hubschraubers, dann war er ganz durchlöchert und das Meer rund um ihn färbte sich rosa und er versank so plötzlich, als sei das Wasser durch die Löcher eingedrungen. Zuschauer brüllten vor Lachen, als er unterging. Dann sah man ein Rettungsboot voller Kinder mit einem Hubschrauber darüber. Eine Frau mittleren Alters, vielleicht eine Jüdin, saß mit einem etwa drei Jahre alten Knaben im Bug. Kleiner Junge brüllte vor Angst und verbarg seinen Kopf zwischen den Brüsten, als wolle er ganz in sie hineinkriechen und die Frau legte die Arme um ihn und tröselte ihn. Obwohl sie selbst außer sich vor Angst war, bedeckte sie ihn so gut wie möglich, als glaubte sie ihre Arme könnten die Kugeln von ihm abhalten. Dann warf der Hubschrauber eine 20-Kilo-Bombe zwischen sie schreckliches Aufblitzen und das ganze Schiff zersplitterte wie Streichhölzer. Dann gab es eine wundervolle Aufnahme von einem Kinderarm, der hoch, hoch und immer höher hinauffliegt in die Luft. Ein Hubschrauber mit einer Kamera vorn. In der Kanzel muss ihm nachgeflogen sein und es gab viel Beifall aus den Parteilogen. Aber eine Frau unten, wo die Proles sitzen, fing plötzlich an Radau zu machen und zu schreien. Man hätte sowas nicht vor Kindern zeigen sollen. Es sei nicht recht vor Kindern, bis die Polizei sie hinauswarf. Und ich glaube nicht, dass hier etwas passierte. Niemand kümmert sich darum, was die Proles sagen. Typische Proles-Reaktion. Sie können nie... Winston hörte auf zu schreiben. Auch weil er einen Schreibkrampf hatte. Er wusste nicht, was ihn veranlasst hatte, diese Flut von Gestammel aus sich herauszuschleudern. Aber das Merkwürdige war, dass ihm dabei eine vollständige Erinnerung so deutlich zum Bewusstsein gekommen war, dass es ihm fast so vorkam, als habe er sie niedergeschrieben. Nun erkannte er, dass dieser andere Vorfall an seinem plötzlichen Entschluss schuld war, nach Hause zu gehen und heute sein Tagebuch zu beginnen. Dieser Vorfall hatte sich heute Morgen im Ministerium zugetragen, wenn man von etwas so Nebelhaften überhaupt sagen konnte, dass es sich zugetragen hat. Es war kurz vor elf und in der Registrierabteilung, in der Winston arbeitete, hatte man die Stühle aus den Gemeinschaftsräumen geholt und sie in der Mitte des Saales dem großen Televisor gegenüber aufgestellt. In Vorbereitung auf die Zwei-Minuten-Hass-Sendung. Winston nahm gerade seinen Platz in einer der Mittelreihen ein, als zwei Personen, die er vom Sehen kannte, mit denen er aber noch nie ein Wort gewechselt hatte, unerwartet in den Raum traten. Die eine davon war ein Mädchen, dem er oft auf den Gängen begegnet war. Er kannte ihren Namen nicht, wusste aber, dass sie in der Abteilung für Prosa-Literatur beschäftigt war. Vermutlich, denn er hatte sie manchmal mit ölverschmierten Händen und mit einem Schraubenschlüssel gesehen, hatte sie dort eine technische Funktion an einer der Romanschreibmaschinen. Sie war ein unternehmungslustig aussehendes Mädchen von etwa 27 Jahren, mit üppigem schwarzem Haar, sommersprossigem Gesicht und raschen, muskulösen Bewegungen. Eine schmale, scharlachrote Scherpe, das Abzeichen der Jugendliga gegen Sexualität, war mehrmals um die Teile ihres Trainingsanzugs gewunden, gerade eng genug, um die Rundung ihrer Hüften hervorzuheben. Winston hatte sie vom allerersten Augenblick an nicht ausstehen können. Er wusste auch, weshalb. Es war wegen der Atmosphäre von Hockeyplatz, kaltem Baden, Gemeinschaftswanderung und allgemeiner Gesinnungstüchtigkeit, mit der sie sich zu umgeben wusste. Die Frauen und vor allem die Jungen gaben immer die blind ergebenen Parteianhänger, die gedankenlosen Nachplapperer, die freiwilligen Spitzel ab, mit deren Hilfe man weniger Linientreue aushorchen konnte. Aber dieses Mädchen im Besonderen machte ihm den Eindruck, gefährlicher als die meisten zu sein. Einmal, als sie auf dem Gang aneinander vorbeigekommen waren, hatte sie ihn mit einem Seitenblick gestreift, der ihn zu durchbohren schien und der ihn für einen Augenblick mit blanken Minsetzen erfüllt hatte. Ihm war sogar der Gedanke durch den Kopf gegangen, sie könnte eine Agentin der Gedankenpolizei sein, was freilich sehr unwahrscheinlich war. Trotzdem fühlte er weiterhin, so oft sie in seine Nähe kam, eine merkwürdige Unsicherheit, die zu gleichen Teilen mit Angst und mit Feindschaft gemischt war. Die andere Person war ein Mann namens O'Brien, ein Mitglied der inneren Partei und Inhaber eines so wichtigen und der Allgemeinheit entrückten Postens, dass Winston nur eine undeutliche Vorstellung davon hatte. Ein kurzes Geflüster durchlief die um die Stühle herumstehende Gruppe, als sie den schwarzen Trainingsanzug eines Mitglieds der inneren Partei herankommen sah. O'Brien war ein großer, grobschlechtiger Mann, mit dickem Nacken und einem derben, humorvollen und brutalen Gesicht. Ungeachtet seines wuchtigen Äußeren lag ein gewisser Charme in seiner Art, sich zu bewegen. Er hatte eine Manier, seine Brille auf der Nase zurechtzurücken, die seltsam entwaffnend und auf eine merkwürdige Weise zivilisiert wirkte. Es war eine Geste, die einen, wenn überhaupt noch jemand in solchen Begriffen gedacht hätte, an einen Edelmann aus dem 18. Jahrhundert hätte erinnern können, der seinem Gegenüber die Schnupftabaksdose anbot. Winston hatte O'Brien vielleicht ein Dutzend Mal in etwa ebenso vielen Jahren gesehen. Er fühlte sich aufrichtig zu ihm hingezogen, und das nicht nur, weil ihm der Gegensatz zwischen O'Briens höflichen Manieren und seinem Preisboxertypus fesselte. Es beruhte vielmehr auf einem heimlich gehegten Glauben oder vielleicht nur die Hoffnung, dass O'Briens politische Strengläubigkeit nicht vollkommen sei. Etwas in seinem Gesicht flößte unwiderstehlich diesen Gedanken ein. Und doch stand in diesem Gesicht eigentlich weniger mangelnde Strenggläubigkeit als einfach Intelligenz geschrieben. Jedenfalls sah er wie ein Mensch aus, mit dem man reden konnte, wenn man es fertig brachte, dem Televisor ein Schnippchen zu schlagen und ihn allein zu fassen bekam. Winston hatte nie den geringsten Versuch gemacht, seine Vermutung auf ihre Richtigkeit hin zu prüfen. Praktisch gab es auch keine Möglichkeit dazu. O'Brien warf in diesem Augenblick einen Blick auf seine Armbanduhr, sah, dass es fast elf Uhr war und beschloss offenbar, in der Abteilung Registratur zu bleiben, bis die zwei Minuten Hasssendung zu Ende war. Er setzte sich auf einen Stuhl in derselben Reihe wie Winston, zwei Plätze von ihm entfernt. Eine kleine aschblonde Frau, die in der Abteilung neben Winston beschäftigt war, saß zwischen ihnen. Das Mädchen mit dem schwarzen Haar saß unmittelbar dahinter. Im nächsten Augenblick brach ein scheußlicher, knirschender Kreischlaut, als ob eine riesige Maschine völlig ungeölt liefe aus dem großen Televisor am Ende des Raumes hervor. Es war ein Lärm, bei dem einem die Gänsehaut überlief und sich die Nackenhaare sträubten. Die Hasssendung hatte begonnen. Wie gewöhnlich war das Gesicht Immanuel Goldsteins, des Volksfeinds, auf dem Seeschirm erschienen. Da und dort im Zuschauerraum wurde gezischt. Die kleine aschblonde Frau stieß ein aus Furcht und Abscheu gemischtes Quieken hervor. Goldstein war der Renegat, der große Abtrünnige, der früher einmal, vor langer Zeit, wie lange Zeit es eigentlich war, daran erinnerte sich niemand mehr genau, einer der führenden Männer der Partei gewesen war und fast auf einer Stufe mit dem großen Bruder selbst gestanden hatte, um dann mit konterrevolutionären Machenschaften zu beginnen, zum Tode verurteilt zu werden und auf geheimnisvolle Weise zu verschwinden. Die Programme der Zwei-Minuten-Hasssendung wechselten von Tag zu Tag ab, aber es gab keines, in dem nicht Goldstein die Hauptrolle gespielt hätte. Er war der erste Verräter, der früheste Beschmutzer der Reinheit der Partei. Alle später gegen die Partei gerichteten Verbrechen, alle Verrätereien, Sabotageakte, Ketzereien, Abweichungen gingen unmittelbar auf seine Irrlehren zurück. Irgendwo lebte er noch und schmiedete seine Ränke, vielleicht irgendwo jenseits des Meeres, unter dem Schmutz seiner ausländischen Geldgeber, vielleicht sogar, wie gelegentlich gemunkelt wurde, in einem Versteck in Ozeanien selbst. Winstons Zwerchfeld zog sich zusammen. Nie konnte er das Gesicht Goldsteins sehen, ohne in einen schmerzlichen Widerstreit der Gefühle zu geraten. Es war ein mageres, jüdisches Gesicht mit einem breiten, wirren Kranz weißer Haare und einem Ziegenbärtchen. Ein kluges und doch irgendwie eigentümlich verächtliches Gesicht, dessen lange, dünne Nase, auf deren Ende eine Brille saß, eine Art seniler Blödheit auszustrahlen schien. Es ähnelte einem Schafsgesicht und auch die Stimme hatte etwas Schafsmäßiges. Goldstein ließ seinen üblichen giftigen Angriff gegen die Lehren der Partei vom Stapel, einen so übertriebenen und verdrehten Angriff, dass ihn ein Kind hätte durchschauen können und doch gerade hinreichend glaubhaft, um einen mit dem alarmierenden Gefühl zu erfüllen, dass andere Menschen, die weniger vernünftig waren, als man selbst, sich dadurch vielleicht verführen lassen konnten. Er schmähte den großen Bruder, klagte die Diktatur der Partei an, forderte sofortigen Friedensschluss mit Eurasien, trat für Rede, Presse, Versammlungs- und Gedankenfreiheit ein, schrie hysterisch, die Revolution sei verraten worden und alles das in einer überstürzten, vielsilbigen Ansprache, die eine Art Parodie des üblichen Stils der Parteiredner war und sogar einige Worte der Neusprache enthielt, praktisch mehr Neusprachworte, als irgendein Parteimitglied normalerweise im wirklichen Leben angewendet hätte. Und die ganze Zeit marschierten, für den Fall, dass man noch im geringsten Zweifel sein könnte, was sich in Wahrheit hinter Goldsteins widerlicher Phrasendrescherei verbarg, hinter seinem Kopf auf dem Schirm des Televisors die endlosen Kolonnen der Eurasischen Armee vorbei. Endlose Reihen kräftig aussehender Männer mit ausdruckslosen asiatischen Gesichtern, die an die Oberfläche des Seeschirms heranbrandeten und wieder zerflossen, um von anderen genau gleichen abgelöst zu werden. Der sture, rhythmische Marschtritt der Soldatenstiefel bildete die Geräuschkulisse, von der Goldsteins blökende Stimme sich abhob. Ehe die Hassovation dreißig Sekunden gedauert hatte, brachen von den Lippen der Hälfte der im Raum versammelten Menschen unbeherrschte Wutschreie. Das selbstzufriedene Schafsgesicht auf dem Seeschirm und die erschreckende Wucht der dahinter vorbeiziehenden eurasischen Armee waren einfach zu viel. Außerdem weckte der Anblick oder auch nur der Gedanke an Goldstein schon automatisch Angst und Zorn. Er war ein dauerhafteres Hassobjekt als Eurasien oder Ostasien, denn wenn Ozeanien mit einer dieser Mächte im Krieg lag, so befand es sich gewöhnlich mit der anderen im Friedenszustand. Das Merkwürdige aber war, dass Goldsteins Einfluss, wenn er auch von jedermann gehasst und verachtet wurde, wenn auch täglich und tausendmal am Tag auf Rednertribünen, durch den Televisor, in Zeitungen, in Büchern, seine Theorien verdammt, zerpflückt, lächerlich gemacht, der Allgemeinheit als der jammervolle Unsinn, der sie waren, vor Augen gehalten wurde, dass trotz alledem dieser Einfluss nie abzunehmen schien. Immer wieder warteten neue Opfer darauf, von ihm verführt zu werden. Nie verging ein Tag, an dem nicht nach seinen Weisungen tätige Spione und Saboteure von der Gedankenpolizei entlarvt wurden. Er war der Befehlshaber einer großen Schattenarmee, eines Untergrundverschwörernetzes, das sich den Sturz der Regierung zum Ziel setzte. Der Name der Organisation sei die Bruderschaft, so hieß es. Auch flüsterte man von einem schrecklichen Buch, einer Zusammenfassung aller Irrlehren, dessen Verfasser Goldstein war und das heimlich da und dort zirkulierte. Es war ein Buch ohne Titel. Die Leute sprachen davon, wenn überhaupt, einfach als von dem Buch, aber man wusste von derlei Dingen nur noch vage Gerüchte. Weder die Bruderschaft noch das Buch wurde, wenn es sich vermeiden ließ, von einem gewöhnlichen Parteimitglied erwähnt. In der zweiten Minute steigerte sich die Hass-Ovation zur Raserei. Die Menschen sprangen von ihren Sitzen auf und schrien mit vollem Stimmaufwand, um die zum Wahnsinn treibende Blöckstimme, die aus dem Televisor kam, zu übertönen. Die kleine aschblonde Frau war im Gesicht rot angelaufen und ihr Mund öffnete und schloss sich wie bei einem an Land geworfenen Fisch. Sogar O'Briens großes Gesicht war gerötet. Er saß sehr gerade aufgerichtet auf seinem Stuhl. Seine mächtige Brust hob und senkte sich, als stämme er sich dem Anprall einer Woge entgegen. Das dunkelhaarige Mädchen hinter Winsten hatte angefangen Schwein, Schwein, Schwein hinaus zu schreien und ergriff plötzlich ein schweres Wörterbuch der Neusprache und schleuderte es gegen den Seeschirm. Es traf Goldsteins Nase und prallte von ihm ab. Die Stimme redete unerbittlich weiter. In einem lichten Augenblick ertappte sich Winston, wie er mit den anderen schrie und trampelte. Das Schreckliche an den zwei Minuten Hass-Sendungen war nicht, dass man gezwungen wurde mitzumachen, sondern im Gegenteil, dass es unmöglich war, sich ihrer Wirkung zu entziehen. Eine schreckliche Ekstase der Angst und der Rachsucht, das Verlangen zu töten, zu foltern, Gesichter mit einem Vorschlaghammer zu zertrümmern, schien die ganze Versammlung wie ein elektrischer Strom zu durchfluten, so dass man gegen seinen Willen in einen grimassenschneidenden, schreienden Verrückten verwandelt wurde. Und doch war der Zorn, den man empfand, eine abstrakte, ziellose Regung, die wie der Schein einer Blendlaterne von einem Gegenstand auf den anderen gerichtet werden konnte. So war für einen Augenblick der Hass Winstons durchaus nicht gegen Goldstein gerichtet, sondern im Gegenteil gegen den großen Bruder, gegen die Partei und die Gedankenpolizei. Und in solchen Augenblicken schwoll sein Herz über für den einsamen, verachteten, Abtrünnigen auf dem Seeschirm, diesen einzigen Verfechter von Wahrheit und Vernunft in einer Welt der Lügen. Und doch fühlte er sich im nächsten Augenblick wieder eins mit den ihn umgebenden Menschen und alle Behauptungen über Goldstein schienen ihm wahr. In solchen Augenblicken verwandelte sich seine geheime Abneigung gegen den großen Bruder in Verehrung und der große Bruder schien dazustehen als ein unbesieglicher, furchtloser Beschützer, der sich wie ein Felsen gegen die anbrandenden asiatischen Horden stemmte, während Goldstein ihm trotz seiner Vereinsamung, seiner Hilflosigkeit und der Zweifel, die sich allein schon an sein tatsächliches Vorhandensein knüpften, wie ein unheilvoller Betörer vorkam, der es lediglich durch die Macht seiner Stimme fertigbrachte, die Fundamente der Zivilisation zu zerstören. In manchen Augenblicken war es sogar möglich, seinen Hass durch einen Willensakt da oder dorthin zu lenken, so gelang es Winston plötzlich durch eine heftige Anstrengung, ähnlich der, mit der man in einem Albtraum seinen Kopf vom Kissen losreißt, seinen Hass von dem Gesicht auf dem Seeschirm auf das hinter ihm sitzende, dunkelhaarige Mädchen zu übertragen. Lebhafte, berückende Vorstellungen huschten ihm durch den Sinn. Er würde sie mit einem Gummiknüppel zu Tode prügeln, sie nackt an einen Pfahl binden und sie mit Pfeilen durchlöchern, gleich dem heiligen Sebastian. Er würde sie vergewaltigen und ihr im Augenblick der höchsten Lust die Kehle durchschneiden. Deutlich als zuvor war er sich auch bewusst, warum er sie hasste. Er hasste sie, weil sie jung, hübsch und geschlechtslos war, weil er mit ihr ins Bett gehen wollte und daraus nie etwas werden würde, denn um ihre reizende, biegsame Taille, die einen zur Umarmung aufzufordern schien, wandte sich nur die verhexte scharlachrote Scherpe, das aufreizende Symbol der Keuschheit. Die Hasswelle erreichte ihren Höhepunkt. Goldsteins Stimme war tatsächlich zu einem Blöken geworden und einen Augenblick lang verwandelte sich sein Gesicht in das eines Schafes. Dann blendete das Schafsgesicht in die Gestalt eines eurasischen Soldaten über, der riesig und furchtbar mit ratternder Maschinenpistole auf den Besucher zuzuschreiten und aus der Fläche des Seeschirms herauszuspringen schien, so dass manche der Zuschauer in der ersten Reihe auf ihren Sitzen zurückprallten. Aber im gleichen Augenblick, während jedem Munde ein tiefer Seufzer der Erleichterung entfuhr, zerschmolz die feindliche Gestalt in das Gesicht des großen Bruders mit seinen dunklen Haaren und seinem Schnurrbart, das Macht und geheimnisvolle Ruhe ausstrahlte und mit seiner riesigen Größe fast den ganzen Seeschirm ausfüllte. Niemand verstand, was der große Bruder sagte. Es waren nur ein paar Worte der Ermutigung. Worte, wie sie im Kampflärm einer Schlacht ausgestoßen werden, nicht im Einzelnen unterscheidbar, die aber einfach dadurch, dass sie ausgesprochen werden, die Zuversicht wiederherstellen. Dann zerrann das Gesicht des großen Bruders wieder und statt seiner erschienen in klaren, großen Buchstaben die drei Parteiwahlsprüche. Krieg bedeutet Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke. Aber das Gesicht des großen Bruders schien sich noch einige Sekunden auf dem Seeschirm zu behaupten, so als sei der Eindruck, den es auf der Netzhaut aller Zuschauer hervorgebracht hatte, zu lebhaft, um sogleich zu verlöschen. Die kleine Frau hatte sich über die Lehne des vor ihr stehenden Stuhles nach vorne geworfen, mit einem bebenden Flüstern, das wie Mein Retter klang, breitete sie die Arme dem Seeschirm entgegen, dann barg sie ihr Gesicht in den Händen. Offensichtlich sprach sie ein Gebet. Jetzt stimmten alle Versammelten einen kraftvollen, langsamen und rhythmischen Sprechchor an. Geh, B, Geh, B, Geh, B. Wieder und immer wieder, sehr langsam, mit einer langen Pause zwischen dem ersten G und dem zweiten B, in einem feierlichen, murmelnden, seltsamen, ungestüm wirkenden Ton, so dass man als Begleitung das Stampfen nackter Füße und das dumpfe Dräunen von Tamtams zu hören glaubte. Vielleicht dreißig Sekunden lang fuhren sie damit fort. Es war ein Refrain, den man oft in Augenblicken überwältigender Erregung hörte. Zum Teil war es eine Art Hymne, auf die Weisheit und Majestät des großen Bruders, mehr aber noch ein Akt der Selbsthypnose, ein absichtliches Übertönen des Bewusstseins durch das mittelrhythmischen Lärms. Winston fühlte eine Kälte in seinen Eingeweiden. Während der zwei Minuten Hasssendung konnte er nicht umhin gleichfalls dem allgemeinen Delirium anheimzufallen. Aber dieser unmenschliche Sing-Sang G B G B erfüllte ihn immer mit Abscheu. Natürlich stand er den Übrigen nicht nach, etwas anderes wäre unmöglich gewesen. Seine Gefühle zu verschleiern, sein Gesicht zu beherrschen, zu tun, was jeder Tat gebot schon der Instinkt. Aber es gab eine Zeitspanne von einigen Sekunden, in der ihn der Ausdruck seiner Augen in bedenklicher Weise hätte verraten können, und genau in diesem Augenblick ereignete sich das Bedeutsame, wenn es sich wirklich ereignete. Er fing flüchtig O'Briens Blick auf. O'Brien war aufgestanden. Er hatte seine Brille abgenommen und war gerade im Begriff, sie wieder mit seiner charakteristischen Geste aufzusetzen. Aber dazwischen lag der Bruchteil einer Sekunde, währenddessen sich ihre Augen begegneten. Und in diesem winzigen Zeitraum wusste Winston, ja, er wusste es, dass O'Brien das gleiche dachte wie er. Eine unmissverständliche Botschaft war zwischen ihnen ausgetauscht worden. Es war, als hätten ihre beiden Denkwelten sich aufgetan und als strömten durch ihre Augen die Gedanken von dem einen in den anderen über. Ich halte es mit dir, schien O'Brien zu ihm zu sagen. Ich weiß genau, was in dir vorgeht. Ich kenne deine ganze Verachtung, deinen Hass, deinen Abscheu, aber hab keine Angst, ich stehe auf deiner Seite. Dann war der Blitz des Einverständnisses erloschen und O'Briens Gesicht war ebenso undurchdringlich wie das alle anderen. Das war alles gewesen und er war schon nicht mehr sicher, ob es sich wirklich zugetragen hatte. Derartige Zwischenfälle hatten nie eine Fortsetzung. Sie hielten lediglich den Glauben oder die Hoffnung in ihm lebendig, dass es außer ihm noch andere Feinde der Partei gab. Vielleicht waren die Gerüchte von großen Untergrundverschwörungen doch wahr. Vielleicht existierte die Bruderschaft wirklich. Trotz der endlosen Verhaftungen Geständnisse und Hinrichtungen konnte man nie sicher sein, dass die Bruderschaft nicht lediglich eine sagenhafte Erfindung war. An manchen Tagen glaubte er daran, an anderen nicht. Es gab keinen greifbaren Beweis, nur flüchtige Andeutungen, die alles oder nichts bedeuten konnten. Bruchstücke erlauschter Gespräche, verwischte Aufschriften an Abortwänden oder einmal, wenn zwei Freunde sich trafen, eine kleine Bewegung der Hände, die einem Verständigungszeichen ähnlich sah. Alles war nur eine Mutmaßung. Sehr wahrscheinlich hatte er sich das alles nur eingebildet. Er war an seinen Arbeitsplatz zurückgegangen, ohne O'Brien noch einmal anzusehen. Der Gedanke, ihre kurze Fühlungnahme weiter zu verfolgen, war ihm kaum durch den Sinn gegangen. Es wäre unvorstellbar gefährlich gewesen, selbst wenn er gewusst hätte, wie er es machen sollte. Eine oder zwei Sekunden lang hatten sie einen zweideutigen Blick getauscht und damit Schluss. Aber sogar das war ein denkwürdiger Augenblick in der abgeschlossenen Einsamkeit, in der man zu leben gezwungen war. Winston rappelte sich hoch und setzte sich gerade. Er musste rülpsen. Der Gin rumorte in seinem Magen. Sein Blick richtete sich wieder auf das Blatt. Er entdeckte, dass er, während er in hilflosem Grübeln da gesessen, gleichzeitig automatisch weitergeschrieben hatte. Und zwar war es nicht mehr die gleiche verkrampfte Handschrift von vorhin. Seine Feder war beschwingt über das glatte Papier geglitten und hatte in großer, klarer Blockschrift hingemalt. Nieder mit dem großen Bruder. Nieder mit dem großen Bruder. Nieder mit dem großen Bruder. Immer wieder, fast über eine halbe Seite hinweg. Unwillkürlich durchzuckte ihn ein furchtbarer Schrecken. Das war im Grunde töricht, denn das Niederschreiben gerade dieser Worte war nicht weniger gefährlich, als der erste Schritt, ein Tagebuch anzulegen, und doch fühlte er sich einen Augenblick lang versucht, die beschriebenen Seiten herauszureißen und die ganze Sache aufzugeben. Er tat es jedoch nicht, weil er wusste, dass es zwecklos war. Ob er nieder mit dem großen Bruder hinschrieb oder nicht, machte keinen Unterschied. Ob er mit dem Tagebuch fortfuhr oder nicht, machte keinen Unterschied. Die Gedankenpolizei würde ihn trotzdem erwischen. Er hatte, auch wenn er nie die Feder angesetzt hätte, das Kapitalverbrechen begangen, das alle anderen in sich einschloss. Gedankenverbrechen nannten sie es. Gedankenverbrechen konnte man auf die Dauer nicht geheim halten. Man konnte vielleicht eine Weile oder sogar jahrelang schlaue Winkelzüge machen, aber früher oder später kamen sie einem doch drauf. Immer war es nachts. Die Verhaftungen fanden unabänderlich nachts statt. Das plötzliche Hochfahren aus dem Schlaf, die derbe Hand, die einen an der Schulter packte, die Lichter, die einem die Augen blendeten, der Kreis harter Gesichter um das Bett. In der überragenden Mehrzahl der Fälle fand keine Gerichtsverhandlung statt. Kein Bericht meldete die Verhaftung. Die Menschen verschwanden einfach, immer mitten in der Nacht. Der Name wurde aus den Listen gestrichen. Jede Aufzeichnung von allem, was einer je getan hatte, wurde vernichtet. Dass man jemals gelebt hatte, wurde erst geleugnet und dann vergessen. Man war ausgelöscht, zu nichts geworden. Man wurde vaporisiert, wie das gebräuchliche Wort dafür lautete. Einen Augenblick überfiel ihn eine Art Nervenkrise. Er begann in fliegendem, krakeligem Kritzel zu schreiben. Sie werden mich erschießen, wenn ich nicht aufpasse. Sie werden mich mit einem Genickschuss erschießen, wenn ich nicht aufpasse. Nieder mit dem großen Bruder. Er lehnte sich in seinen Stuhl zurück, ein wenig beschämt über sich selbst, und legte den Federhalter hin. Im nächsten Augenblick fuhr er heftig zusammen. Es klopfte jemand an die Tür. Schon. Er saß mucksmäuschenstill da, in der vergeblichen Hoffnung, der draußen stehende könnte nach einem einmaligen Versuch weggehen. Aber nein, das Klopfen wurde wiederholt. Das Schlimmste, was er tun konnte, war zu zögern. Sein Herz klopfte wie eine Pauke, aber sein Gesicht war, vermutlich aus langer Gewohnheit, ganz ausdruckslos. Er stand auf und ging schweren Schrittes zur Tür. Schlimmste ausdruckslos. Schlimmste ausdruckslos. Schlimmste ausdruckslos. Untertitelung des ZDF, 2020 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 It's a gift of love Untertitelung des ZDF, 2020 It's a labor of love 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 Vielen Dank.